Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Arena Runde im Hearthstone, wir haben bereits 4 Siege hingelegt, statistisch gesehen bei mir persönlich, also 4 Siege, ich habe einmal 7 Siege gehabt, 4 Siege glaube ich mega selten, 3 habe ich sehr häufig gehabt, 3 und da drunter, das hatte ich sehr häufig, aber da drüber Müsste ich, weiß ich nicht, also in den Statistiken, ich habe ja leider nicht immer Hearthstone Heroes an, äh, Heart Arena an, ähm, ich glaube, nicht wirklich viele, also das ist schon eins der besseren Matches jetzt hier Gegen Paladin, die ist geil, die kann weg, Schieb, Schieb kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir den jetzt wegpacken, nie wieder und können den bestimmt richtig gut gebrauchen Hier wieder die Kombi, die wir so gerne spielen würden Der ersten, nun, den können wir, oh, direkt auch ausspielen In der zweiten können wir ihn hier ausspielen Sinn, oder? Und Gain Phase Einfach damit wir für ihn hier ein 1-1er vielleicht liegen haben Erzählt Drei Können natürlich den spielen Dann hat der Aber wir greifen den an Bis dann kriegen wir den aber nicht weg Warte mal, 2 3 4 3 4 5 Ist jetzt zumindest weg 3 4 5 Haben wir noch eine bessere Lösung? Mutieren bringt nichts Wir können, doch, können wir machen Weil er hat ja gleich nur einen Können wir in der nächsten Runde sonst immer noch raushauen Windzorn 1-1 Gottesschild können wir ihm geben Oder 3 Angriff Gottesschild geben wir ihm Und wir greifen nicht an Plus 3 Angriff hat er nichts gebracht Er hätte Er hätte doch schon was gebracht Dann hätten wir den blöden Spatter weg... Okay, so wir können Ihn einmal angreifen Können hier einmal 2 Schaden verursachen Was ja gar nichts bringt 4 auf ihn 2 Dann würden wir zweimal Karten bekommen Das wäre das einzig Gute daran Aber wir hauen unsere natürlich auch weg Hier Komm Haben wir wenigstens 2 Karten noch aus ihm rausgeholt? Boah, Alter Warte mal Ah, okay, nice Okay, wir haben 5 Können ihn spielen Nein, der kennt Sport, ey 5 Mit ihm Ping Ping auf ihn Zack Und zack Und zack War das jetzt... Ich glaube, das war gar nicht mal so klug, ne? Gibt auch im Helden jedes Mal 3 Schaden zu, wenn dieser Diener Schaden erleidet Genau, das ist nämlich das Ärzte Wir haben kein Sport Und wir haben kein Elementar Wir haben hier ein Elementar Den werden wir legen Hätten wir sowieso fast gelegt Er hat 11, 12 Könnte er jetzt... Wir nehmen mal den weg Damit geht er face, ist klar Damit greift er ihn Sehr wahrscheinlich an Obwohl Ihr zahlt Und euch passieren Ja, der macht uns jetzt frisch, ey Nice Voll gut gespielt, ey Ähm Klingt uns der was Eigentlich nicht so richtig, ne? Er hat uns, glaube ich, in jedem Fall down Warte mal Ich glaube, ja Wenn wir einen Spott legen Ärgerlich ist natürlich Hier verlieren wir ihn Aber dann kann er wenigstens nicht angreifen Aber so richtig bringen tut uns das auch nichts Äh Da er Ja Hat er gut gemacht, ey Die werden wir gleich wieder sehen Oha Ja Dass wir gleich durch sind Bevor die Runde eigentlich zu Ende ist Schade Hier Na gut Mit vier Siegen Immerhin 4 zu 3 Wir gucken mal, was wir Als Geschenke bekommen Ja Werbung Danke So You finished Add 4 2 3 So Und wir lösen wir den Schlüssel ein hier Und mal gucken So Ein Päckchen kriegen wir auf jeden Fall Kaiser Bisschen Gold Bisschen Gold Schade Gar nicht mal so gut Meistens gibt es immer noch mal das Du hast Ähm Vielleicht gibt es hier einen Legendary Quest Ach Quatsch Nicht Questlog Die beende ich ja immer fleißig Mal hier rein Legendary Nicht gern Nein Selten 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 Ja Okay Gut Wir können wieder so ein bisschen Ähm Oh Wir können wieder Ein bisschen Karten entzaubern Müssten glaube ich Ja Überzählige Karten auf jeden Fall Ähm Haben ein bisschen Dust 575 Das geht Wir können auch Ähm Aus dem Aus dem Äh Alten Deck Ja Könnten wir nicht auch noch welche Entzaubern Und hätten dann wieder was Aber ich glaube wir werden demnächst nochmal eine Äh Tornrunde spielen Wir sind ja Mittlerweile Im Mai Aber ich nehme gerade noch im April auf Deswegen ist das hier gerade Noch so Und äh Ja Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Euer Gonschi Tschüss Tschüss